Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der richtige Name ist Johanna Wilfriede Richter. Ich kenne mehr Junge als Alte. Jetzt gibt es keine Alten mehr hier. Zum Geburtstag waren das 80 Prozent Junge. Es waren 51 Leute da. Am 2. Juli, ich bin 89 geworden. Das ist halt, wenn man gern lebt, das strahlt man aus. Ich lebe sehr gern. Ich möchte auch noch länger leben wollen. Und wenn du das ausstrahlst, dann kommst du zurück wieder. 1, 2, 3 2, 2, 1 Reutersplatz, 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 Reutersplatz Ja, Self-The-Date ist so ein Kunstprojekt, wo es darum ging, dass ich meinen Körper mit 365 Menschen geteilt habe. Ich ging jeden Tag auf ein Date ein Jahr lang. Und das Thema war Einsamkeit. Ich habe mit jedem Mensch Sex gehabt. Also es war, wie gesagt, meine Grundbedienung. Ich musste kommen. Neukölln, Neukölln, was für ein ordinärer Trip. Früher war Bratwurst und heute ist Champagner. Früher habe ich niemandem erzählt, dass ich aus Neukölln komme. Und heute ist Neukölln hip. Alle beneiden mich. Hasen, Neukölln, Neukölln, was für ein ordinärer Trip. Früher war Bratwurst und heute ist Champagner.